hallo mein name ist max ich habe mich schon oft gefragt was der sinn des lebens ist weil das halt insgesamt alles so sinnlos ist ich meine die schule der alltag das ist doch zum kotzen alles man fühlt sich wie so ein hamster im hamsterrad hundertprozentige liebe das verdammtes scheißglück wenn mein mein blog hier so eine romantische schnulze wäre würde nele gleich in ihrem wunderschönen weißen kleid mit mir nach hause gehen ich wäre selbstbewusst nüchtern beliebt ich würde sie zum lachen bringen ihre lache ihre augen das ist so süß und kostbar alles ja verdammt ich liebe sie ich will einfach dass sie jetzt eine richtig geile liebesgeschichte seht freunde ich will mein happy end und ganz ehrlich das meine ich so doppeldeutig wie es gerade klingt aber sehen wie ich hingefallen bin das ist doch eigentlich alles beschrungen wir brauchen eine stützräderfläche hallo wer bist du denn ja fein ja bist ja total süß weißt du auch nele mein schutzengel das bist du hallo tanze 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 ja fein wenigstens bin ich jetzt nicht mehr alleine es kommen wirklich nicht so viele du hast das im überblick ja papa ja deine mutter und ich wir haben nämlich keine lust auf so eine eskalationsfeier und trink nicht so viel ja ja papa mach ich eben nicht machen nicht so viel trinken entspannt euch doch mal alles ist gut und außerdem bin ich ja wohl nicht der erste der seinen 16 geburtstag feiert ja ja und denkt dran die kloß zu putzen bevor wir da sind sonst dreht deine mutter schon beim reinkommen durch alles wird perfekt aufgehauen sein wenn ihr wieder da seid versprochen pass einfach ein bisschen auf und jetzt sagt deine mutter noch mal richtig tschüss, gell? ok, jetzt kommt gleich wie heißt es nochmal der typ der geburtstag hat? nele 15 geht auf hauspartys von fremden was? ach so, ja er heißt leo und ist ein jahrgang über uns hm, kenn ich glaube ich wirklich nicht aber egal, kostet ja kein 1-Ritt okay ja na nie na 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 No, 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 no. Oh, Maxi-Boy, Bruder, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Mein Gott, in wenigen Stunden bist du schon 16 Jahre auf die Sonne. Na ja, ich meine, 16 Jahre gehe ich jetzt auch schon auf die Nerven, aber hey, die Welt lebt mich immer noch. Ups, lang. Du, es geht euch. Ey, hast du vielleicht ein Feuer für mich? Achso, ja klar. Ey, dieser Typ hier, der schmeißt die geilsten Hauspartys von allen. Ach doch, ihr sagt's. Keine Ahnung, wer das war, mal in Lena, Gisela, ey, keine Ahnung, was hat das jetzt? Und jetzt komm rein, willkommen zur geilsten Hausparty des Sommers. Und jetzt kommt's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die Kamera ist jetzt nicht direkt geklaut. Klauen? Ist Diebstahl? Also es ist total egal. Aber ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Ich meine Vlogs. Wer macht sowas heute bitte? Keine Arsch interessiert sowas. Keine Sau, ehrlich. Gut, gut, gut. Versuche ich das mal wie so ein Videoblogger. Hallo Leute, guten Tag. Oder besser gesagt, gute Nacht. Also. Salut. Ja, ist nur noch ein Drittel, ne Viertel drin. Das ist Zirnwodka. Da kann ich es nicht mehr richtig erkennen. Willkommen zur großen Wodka-Challenge. Ja, nein. Die ist jetzt auch nicht direkt geklaut. Das ist nämlich alles mehr ausgeliehen. Ich trinke jetzt aus. Aufwärts. Hallo Leute. Diese Flasche trinke ich jetzt komplett aus. Liebt ihr mich jetzt auch alle? Weil ich so toll bin. Boah, riecht das ekelhaft. Okay. Ist doch geklaut. Tschüss. Moin. Ne. Hast du dich jetzt schon verliebt? Wer denn? Na drüben. Quatsch. Das schmeckt so länge. Ja, jetzt glaub ich nicht mehr. Den findest du gut? Ja, sicher. Na dann, viel Glück. Wer braucht schon Fahrt, weil er eine Einkaufswage haben kann? Freiheit! Settings. Format? Ne. Moment. Die Frames. Und so, meine lieben Zuschauer, gewinnt man die Million. Scheiß doch, wir trinken trotzdem, komm. Prost. Ganz ehrlich, ich müsste für den Start bezahlen. Meine Videos sind besser als jeder Blockbuster. Boah, geil. Prost. Ah, dann, wie viel ist das jetzt eigentlich? Boah, du, mindestens mein fünftes? Ja, ich glaub schon. Ich brauch aber auch noch was Platz für die Bowling, ich will noch ein Glas deiner Todesmischung trinken und ein paar Ketten, wenn ich auch was hast du. Keine Ahnung, wie willst du denn heute noch einer flachringen, Alter? Nicht nur wollen, Leo. Ich werde. Na, aber ganz ehrlich, wenn ich dir meinen Ratschlag geben darf, ja? Ja, trink nicht so viel. Kein Mädchen steht auf besoffenen Schwänzen. Danke, mein Geburtstagskind, aber ich hab heute nur eine Regel und die ist Saufen, einfach Saufen. Ja, dann auf einen geilen Abend. Wir haben auch geileren Chicks. Genau. Hier ist kein Durchgang. Guck doch nicht so in den Ferkel, echt. Das wird nix. Latein ist so ein Fach, es braucht niemand. Wirklich niemand braucht das. Zu Latein sagt jeder Schüler nein. Aber Nele? Äh, Nele hat auch Latein. Klar, dass ich sitzen geblieben bin, das ist jetzt nicht so geil. Aber sonst hätte ich sie nie gesehen. Ich weiß alles über sie. Alles. Scheiße, Mario, deswegen hab ich hier auch den Himbeerwodka mitgebracht als Geschenk. Das macht man so als richtig geiler, aufmerksam, attraktiver Boy und Gentleman. Mädchen lieben Geschenke. Jeder weiß das. Ganz ehrlich, ich kenn mich mit sowas aus. Es gibt Gewinnertypen oder es gibt Verlierertypen und ich? Ich bin Gewinnertyp. Mit mir laufen Partys erst so richtig. Mich? Nicht läd man auf solche Partys ein. Weil es läuft, weil wie die Post abgeht und die schwarze kracht. Jungs, ich sag euch was. Manche Mädchen trinken keinen Alkohol und nehmen keine Drogen. Aber für den Geschlechtsverkehr ist keine zuguterzogen. Groß. Willst du mit mir Drogen nehmen? Aber wie er geht? Aber wie er geht? Und wie er geht? Mit mir Ruhe nehmen Sondern ja so gesehen Wie es so mit mir drohen Ich schaue Ringlinglingling Alle Herzen singen Sondern ja so Leo? Ja? Du hast nicht zufällig auch eine Insiderate für mich, oder? Doch, ich wollte eh gerade machen, also klar komm mit Okay Ich hätte gerne einen Jöhler Okay Du hast echt Talent Mann, das ist der beste Döner auf der Welt Hier ein bisschen was für dein Gesicht Brauch ich nicht Keinen Bock mehr auf Party heute Abend, ne? Ne, ich war auf so nem Flop Geburtstag, mega scheiße war der Scheiß Stimmung Scheiß Leute Das war alles einfach scheiße Solche Abende gibt's Ja, hm Deswegen bin ich auch lieber Single, weißt du? Mädchen Die machen nur Ärger Nur Ärger machen die Bauen sind kompliziert und eifersüchtig, ne? Wenn man zwei Sekunden nicht auf ne Nachricht antwortet, dann ist alles Und dann musst du den Flugmoor aus, Alter Hast du deine Ruhe? Genau deswegen bin ich auch weg von da Ich hasse Menschen Alle Und vor allem Ganz vor allem diese Big Bitches Die auf jeden Vollidioten reinfallen Die sind alle so dämlich Ja, die sind Die sind Die sind so, äh, so dämlich wie, äh, Ameisen Oh, sorry, da muss ich ran Hallo Schatz Oh, das tut mir leid Weiber Von Geh Willst du vielleicht die Jack haben? Ja, gerne Hast du schon mal geraucht? Dann mach mal deine Augen zu. Wie jetzt? Trau mir auch die Augen zu. Und jetzt mach den Mund auf. Jetzt mach du mal. Jetzt mach du mal. Jetzt mach du mal. 4 5 6 6 8 9 10 12 12 13 14 15 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 16 15 15 16 16 16 Will das jemand zum Bluten lenkt? Fuck! Was ist das denn? Ah, das Licht! Ja! Ach, hier steckst du? Hm? Ja, kennst du diese Nele? Ist doch egal, die ist auf jeden Fall noch jung, Freunde, würde ich vielleicht flachlegen, Alter. Da hab ich was für dich. Wenn du die Dinger nimmst, dann würde ich die Kleine nie vergessen. Und du wirst denken, du fliegst und siehst Sterne, wenn du sie fickst. Okay. Viel Spaß. Danke. Was machst du denn da? Ich verführe ein wunderschönes Mädchen. Nicht jetzt. Und wie jetzt? Du willst es doch auch. Leo. Ich will das nicht. Ja. Dann verpiss dich doch, du scheiß Schlampe! Dann fick ich halt eine deiner hessischen Freundinnen! ganz ehrlich, ich muss das jetzt einfach wissen. Ich muss wissen, deswegen rufe ich sie jetzt an, weil ich die Nummer habe wegen Latein und ich muss einfach wissen, ob sie mich auch liebt. Ob sie mich liebt. Ob sie mich liebt. Wer ist da? Hallo Nele, hier ist Max. Was ist denn mit dem für einen Max, Mann? Ich kenn keinen Max! Was? Hallo? Fuck! 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 Minh Treven Bulgaria Maatker Es ist okay Ich weiß ich собerlich eineinhalb Kyoto, wenn ich mit stores bin. Das war wirklich eineinhalb nosotros. Ich weiß ich für welche Rastungen. Nie weiß ich es entgegen, denn ich werde mit dir lieb, wenn ich meine cùng. ich werde mit dir lieb. Untertitelung des ZDF, 2020 My heart is blue, my love has come away It's okay, I know someday I'm gonna be with you It's okay, I know someday I'm gonna be with you It's okay, I know someday I'm gonna be with you Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh It's okay, I know someday I'm gonna be with you Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020